herzlich willkommen eulenfreunde wir werden jetzt herausfinden was hinter der tür da steckt wir haben ja im letzten part schon außersehen aufgemacht weil die automatisch aufging und es sieht dunkel aus deswegen machen wir erstmal hier wieder ein thumb nation weil das kann sich eigentlich sehen lassen oder sieht eigentlich schön aus ich mache mir so seitlich ich mag seitlich einfach immer mehr und drück die f12 genau so dann und jetzt können wir loslegen gott ich hab es ist gruselig hier also ich finde irgendwie das ganze spiel gut was bist du denn bist du denn für ein kleiner fratz könnte auch ein harry potter charakter sein die werkbank da drüben vielleicht liegt da was ja vielleicht aber vielleicht ist das eine falle wir gehen runter oh hier liegt ein ja es war es war auf jeden fall eine falle scheiße ich sehe nichts die kamera betäubt ihn doch bitte das hat gar nichts gebracht die betäubung glaube ich mach den weg oh gott nein ich hasse den planeten leute ich hasse spinnen na gut wir gehen mal dran aber ich glaube ich kann nichts besser machen ich repariere ihn den trafo kannst du die technik das imperiumskort schließen uuuu sehr schön jetzt kannst du irgendwas besser ich kann jetzt maschinen ein und ausschalten ok konnte das feuer nicht okay ich werde jetzt auf was ist denn der sinn ich würde gerne da rüberkommen ja aber ich habe den sinn noch nicht verstanden was ist denn der sinn ich würde gerne da rüberkommen aber ok ok wir gehen erstmal erzählen also die spinne die war kurzen schreck eigentlich nehme ich das am späten nachmittag ok ok das bringt jetzt nichts hä ist da ne wand ne wie komme ich hier hoch was bringt mir dieses ding hier BD1 Nein Aber das ist doch dann Ich verstehe das Rätsel hier nicht Wenn wir das hier machen Dann ist hier Strom So Da hinten ist der Strom jetzt weg Und das bleibt so stehen Mit oben hat das überhaupt nichts zu tun Können wir uns da jetzt entlanghangeln? Nein Oh Gott, Leute Ich weiß es nicht Ich muss mal kurz überlegen Was bringt mir das? Also ich weiß, dass ich da irgendwie rüberkommen will Aber ich habe doch keine Handschuhe Wo ich mich dann fest daran halten kann Oder doch Warte Geht das dann komplett nach links Wenn ich jetzt aufhöre? Ne, es bleibt so stehen Aber selbst wenn Ich komme ja nicht nach da vorne Also schön, dass du mir das hier gibst Aber es bringt mir so eigentlich Null? Null Weil ich da hinten nicht rankomme Na gut Na gut Na gut, na gut Ja, Affe, ne? Das findest du auch seltsam Ich weiß Da ist noch ein Affe Cool Achso, hier kannst du auch was machen Was machst du hier? Ah Oh Gott Okay Das müssen wir auch zum stehen bringen Ja, so ist gut Perfekt Was ruckelt? Wieso? Hör auf zu ruckeln, Spiel So, ich hab Ich weiß nicht, was ihr macht Ihr explodiert Okay Hier, scann mal schön Ein Flammenkäfer Okay Die sehen aber sehr, sehr musig aus Hä? Er hat direkt losgelassen Äh Sehen die mich da hinten nicht? Oder sind das Freunde? Ach, es sind Freunde? Okay Hui Ich hab's Ich hab's geschafft Hab's geschafft Ohne runterzufallen Oh, der arme Wurz Nichts Gutes Wir stellen daraus eine starke Substanz her Und wollen die Produktion hochfahren Oh, der arme Wookie Wir müssen sie aufhalten Das ist der Plan Wir können jetzt hier nicht am Ende zu weit verteilen Wir haben eine Karte, die das beweist Bip, 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 bip Oh, ne Karte Achso Jetzt haben wir erst die Karte Okay Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung Ich muss ja sagen Ich bin kein Fan von der Karte Die ist mir viel zu kompliziert Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium Verstanden Verstanden Pass auf dich auf da drin Aber bekomme ich auch so eine Pistole? Ne? Wow Wow, ich darf wieder allein kämpfen Komm, Kumpel Okay Uh Äh Ah, von da sind wir gekommen Ich dachte gerade, hä? Warte mal Sag das so aus von hinten? Ja, das kannst du gar nicht Kannst du gar nicht sein Okay Hier ist nichts mehr Ich guck nochmal hier ein bisschen genau hin Weil wir waren ja nicht überall hier Okay Da hinten auch nicht? Warte, wir cheaten Wir cheaten ein bisschen Ne Da sind wir drangesprungen Hier ist noch ein Echo Okay Dann holen wir uns das Echo noch Das holen wir uns natürlich So, das haben wir Sehr gut Ja Sind alle gnadenlos Okay, ich geh mal hier rein Äh, hol mal dein Nichtschwert raus Das ist nämlich sehr, sehr gefährlich hier aus Das sind Feuerkäfer oder so Das sieht auch schön aus, ne? Oh Ah, da ist der Baum Da ist der Baum Der hübsche Baum Und ich kann hier meditieren Okay, hier ist ein Savepoint Sehr schön, sehr schön Sehr schön So, Fokus und so haben wir wieder hergestellt Das ist gut Seiten schießen sie alle Wieso bin ich denn auf der Seite, wenn die auf der anderen Seite sind? Ach, ach, die lenken die ab, glaube ich War, glaube ich, so Boah, da hat das niemand gesehen? Ich bezweifle sowas immer stark Da drüben Einer der Cutter läuft Einer der Cutter läuft Vielleicht eine Übung? Äh Sollen wir es melden? Das wäre gegen das Protokoll Wenn es Probleme gibt, muss ihr Trupp das melden Stimmt Halt Die Pause ist vorbei Ja Die Pause ist vorbei, Leute Aua Hör auf jetzt Weiß ich nicht Ich finde, ihr könnt schon verlieren Aber ich gehe jetzt erstmal hier rein Und guck mal, was hier ist Boah, ich hab Ach, der Gang ist ja aber Puh Ich hab aber ein Echo gefunden Kann ich die oberen Anti auch abschneiden? Warte Schwingen und zack Ne, kann ich nicht Okay Boah, das Wasser alles sieht schon cool aus wieder Okay Äh Bisschen Angst Bisschen Angst Was bist du? Bist du böse? Er ist böse Okay, okay Die Gegner kommen Haha Ich bin da so lustig Es macht Spaß Oh Gott Ich hab keine Macht mehr, glaube ich Ich treffe ihn nicht Ja So ist das Leben halt Wenn ihr mich nicht kriegt Es ist schwer Und meine Kapuze ist runtergeplumst Warte Spielstopp Ich muss mal kurz Die meine Jedi Kutte wieder antun So Und jetzt zu dir Oh Gott Da Da war noch einer Zack, zack Weg mit dir Haha Zack Einfach nice Oh Gott Das ist natürlich jetzt Okay Ich muss laufen Ich muss laufen Ach Unter mir Unter mir Wäre auch noch Eine Platte gewesen Hier Das ist ja viel Einfacher Wenn man es nicht gerade so So verkacken würde Wie ich Aber wir haben es Äh Wieso sollte ich hier meditieren wollen Das ergibt sich mir jetzt gerade nicht Aber wir können die Macht ein bisschen erweitern Genau Damit da Macht zu kämpfen Macht 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 auch Spaß Oh Sehr gut Haben wir auf Anhieb geschafft Damit hätte ich nicht gerechnet Aber speichern wollte ich jetzt hier nicht So Weiter geht's Oh Gott Ach echt Oh Leck Es hat geleckt Unfair Hallo Zack 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 Und Wir haben dich Nice Nice Ja Ja Wo denn Hä Wo denn Ah hier Kurz 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 Verwert Hier Man sieht ja auch nichts Auf Kashiki Sehr schön Ja Das war echt eng Die helfen uns auch Und das ist ja mega nett Ich sehe einen Eindringling Echt Oh Flach So Der ist weg Oh Gott Wir müssen kurz überlegen Wir können da hoch Wir können hier nochmal hoch Und kurz gucken Was das hier ist Okay Okay Das können wir auch noch nicht reparieren Okay Dann Gehen wir wahrscheinlich hier hoch Da können wir nicht hin Okay Gut 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 Ich habe das Gefühl Das hier bricht gleich alles zusammen Aber ich glaube ich irre mich Willst du dich wirklich in das Ding einklinken Äh Okay Ohoho Äh Okay Achso Dann darf ich nach da hinten Abkürzung Deshalb wolltest du es verschieben Ah Klug Davon wusstest du gar nichts richtig Du wolltest nur den Cutter einschalten Wow Oh mein Gott Warte Ich gehe mal kurz hier hinten gucken Ne Das geht nicht Ich würde mich gerne einmal kurz hier Speichern Einmal speichern Und ich habe ja hier einen neuen Punkt Den können wir direkt eigentlich auch ausgeben Und zwar in die Macht wieder Das ist nämlich ganz cool Und dann werden jetzt erst mal die anderen Sachen wieder gelevelt Leben wäre vielleicht auch mal wieder toll Okay warte 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 Wir warten bis die Spinne da ist Weil gerade nur da ist die Spinne Oh zwei sogar Da gucke ich mal gespannt zu oder Ja bisher sehe ich hier noch keinen wirklichen Fortschritt Oder Der ist weg Sind nur noch zwei da Äh drei Vier 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 sind da Ja Die brennt zwar aber Die lebt halt noch Okay Dann machen wir die jetzt Oh nice Die sind ja fast tot Die beiden Das ist ja sehr Nein Oh Gott Die eine hat noch gelebt Nein Die ist jetzt aber weg Die ist weg Ne Lass mich jetzt hier Spinne Oh ich hasse euch Ich hasse euch So schießt Oh von da auch Wie Der lebt noch Wie komme ich zu dir nach da oben Kleiner Ich weiß es nicht Ach der ist weg So weg mit dir Danke Oh Gott Schrecklich ey Was will der Kleine Dann schon wieder scannen So der Leiche Den wir schon mal hatten Oder nicht Okay Dann scan ihn Ach ne Okay Ah wir haben Samen bekommen Super Super BD Ich beschwer mich nicht Okay Oh Warte Zwei Lichtschwerter sind heller Aber hier wird es auch hell Oh Gott Da sehe ich doch schon Spinnenweben oder Ich komme mit Sicherheit Gleich spinnen Ich wusste es Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Hallo Ich bin doch ausgewichen Oder nicht Oh Gott ich Ich mag diesen Planeten Hier überhaupt nicht Gehen wir BD1 Oh Willst du nicht scannen Wieso willst du das denn Jetzt nicht scannen Doch Ach Achso das willst du scannen Okay Hier haben wir auf jeden Fall ein Echo Oder was ist das Ach macht Dissens Macht Dissens war das Oh Da geht es auch noch weiter Oh Gott ist das gruselig hier Leute Ich hasse den Ort Ich bin nie wieder hier hin Ponchu Wir haben einen neuen Ponchu Das ist der neue Ja Okay Ne Ziehen wir mal an Passen wir uns hier ein bisschen an So Hier würde es jetzt auch noch reingehen Komm Gehen wir mal gucken Ich habe ein bisschen Schiss Ich will nicht noch eine Spinne hier haben Das hat mir eigentlich gereicht Ah Eine Abkürzung Oder wo bin ich hier Ah Ich bin jetzt hier oben Ah Da waren wir gerade Ja Wenn wir jetzt speichern Das ist ja blöd Ne machen wir nicht Machen wir nicht Sonst müssen wir wieder gegen alle kämpfen Zack Einmal hier drüber Und dann Ok 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 Ich habe es geschafft Hier willst du wieder das machen Ich habe ein bisschen Angst Ah ne doch nicht Harzfässer Ok Oh Gott Ich werde fast abgestürzt Oh Gott Die werden irgendwo angegriffen Glaube ich Zack 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 So schnell geht das hier Haha Oh Gott Da sind ja noch welche Ah ja Ich bleibe an ihnen dran Ich merke es Ich merke es Wie ihr an mir drangeblieben seid Ich fass es nicht So das leuchtet Vielleicht können wir Können wir hier mit was machen Ne können wir nicht Aber die müssen uns doch kommen gesehen haben Oder Ganz ehrlich Ganz ehrlich Was sind das denn hier für Aufpasser Na gut Weiter geht's Und wir schaffen das Im nächsten Part Würde ich sagen Ne Denn Wir sind schon wieder bei 23 Minuten Das geht echt Verdammt Schnell hier in dem Spiel Wirklich Ich hoffe Es hat euch gefallen Wir sehen uns dann Morgen wieder Was heißt morgen wieder Na Bis zum nächsten Star Wars Video Tschüss 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 Vielen Dank.